hallo hier ist man kann und heute zeigen wir euch und sein muster vom ok der ist auf zwei platten gebaut und ja es geht darum zwischen den kampf und zwischen obi-wan denken ja also wir haben zwei mal den neuen entstander genau das heißt dass er muss der schüttet gerade lave aus auf diesen ascheberg das auch in ascheberg da auch und da unten auch auf das praktisch im hauptquartier ist kommen wir gleich zu und hier kämpfen obi-wan und ende können auf einem musterfahr droid und auf einer plattform ja dann kommen wir zur basis wer den dritten teil gesehen hat weiß dass er hier schon war und diese droiden und die separatisten vorab gemurkst hat wir haben diesmal keine schiebetür gebaut denn das ist einfach zu klein dann kommen wir hier rein also hier drin ist halt gun ray dem ist der kopf abgeschlagen worden noch da noch ein zertrümmerter droide und poggle auch der kopf ab und dann noch diverse andere tote separatisten führer und ein kaufgeltiger ja das war's wieder von uns abonniert und kommentiert und dann tschau